Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Angebot. Heute habe ich ganz eine spezielle Immobilie für Sie, und zwar ein Neubauangebot im Eigentumsstandard im Kanton Solothurn und nur wenige Minuten von der Stadt Aarau entfernt. Die Anlageimmobilie ist geeignet, wenn Sie ein neuwertiges Anlageobjekt suchen, mit stabiler Rendite und ohne Renovationsaufwand für die nächsten 10 Jahre. Ein sogenannter Selbstläufer, welcher Sie nichts Grosses unternehmen müssen. Der Neubau liegt in der Gemeinde Erlinsbach und setzt sich aus zwei Gebäuden mit jeweils sieben Wohnungen zusammen. Insgesamt entstehen 14 Wohnungen mit 24 Parkplätzen und vier Disporäume, welche man alles vermieten kann. Das Projekt im Eigentumsstandard wird auf Ende August 2022 bezogsbereit sein und ist bereits jetzt schon komplett voll vermietet. Das Einzige, was noch rum hat, sind ein paar Parkplätze. Die zukünftige Miete kennt sich auf wunderschöne und sehr hochwertige Wohnungen mit vielen Annehmlichkeiten freuen, wie zum Beispiel eine sehr gut erschlossene ÖVA-Anbindung. Der Bus hält direkt vor dem Haus. Das Wohnangebot setzt sich aus zweieinhalb und dreieinhalb Zimmerwohnungen zusammen, welche zwischen 58 bis 80 Quadratmeter Netto-Wohnflächen haben. Alle Wohnungen verfügen über grosse, attraktive Aussenflächen, wie zum Beispiel einen eigenen Garten, grosse deckte Balkone und Attica-Wohnungen haben sehr grosse Terrassen mit einer schönen Aussicht und Weitsicht. Bei beiden Gebäuden hat es einen separaten Lift, weil alle Etagen inklusive das Untergeschoss erschliesst. Das ganze Projekt hat eine wunderschöne und sehr moderne Architektur. Man sieht das zum Beispiel bei den sehr grossen Fensterflächen und den geradlinigen Design-Elementen. Die Fussbodenheizung schafft im ganzen Jahr ein angenehmes Klima und wird von einer nachhaltigen Luftwärmepumpe betrieben. Die zukünftigen Mieter kommen im Genuss von einem sehr hochwertigen Ausbau. Anbei einmal eine Auflistung von ein paar Ausstattungsmerkmale. Es hat in allen Wohnungen einen wunderschönen Eichenparkett. Es hat hochwertige Türen. Es hat teilweise bereits eingebauten Einbauschränke. Es hat sehr grosse Fenster. Es hat Hebescheibetüren, um auf die Balkone oder die Attica-Terrasse zu gelangen. Es hat überall elektrische Storren. Es hat sehr grosse Sonnenstorren. Und es hat natürlich eine sehr hochwertige Küche mit Geschirrspüler, Granitabdeckung und was es alles zur Zeit braucht. Im Badezimmer, welche übrigens alle sehr schön ausgebaut wurden, verfügen die Wohnungen über eine grosse, pläppete Dusche. Es hat eine Festverglasung, es hat eine Regentusche, es hat einen praktischen Spiegelschrank mit viel Stauraum und es hat ein Unterbaumöbel mit Schubladen. Erlinsbach bietet eine ideale Infrastruktur und ein intaktes Dorfleben. In unmittelbarer Umgebung dieser Allage-Mobilien haben wir zum Beispiel ein Volk, ein Migros, ein Denner, eine Reifiserbank, das Dorfzentrum mit Ärzten sowie auch Primarschulen und Spielgruppen finden wir im Dorf. Möchte man grössere Einkauf tätigen, ist Aarau zum Beispiel in 10 bis 15 Minuten mit dem ÖV erreichbar. Zürich erreicht man in 50 Minuten mit dem ÖV, Bern und Basel hat man eine runde Stunde. Der Autobahnanschluss in Aarau ist etwa in 10 Autominuten erreichbar und von dort ist man dann in alle Richtungen wieder sehr schnell unterwegs. Erlinsbach verfügt zudem über viele Naherholungsgebiete, zum Velo fahren, zum Wandern und hat für den Kanton Solow. Das ist ein sehr interessanter Steuerfuss für natürliche und juristische Personen. Der Standort ist fest mit dem Wirtschaftszentrum Aarau verknüpft, weil er über 20'000 Einwohner hat und sehr viele attraktive Firmen dort ihren Firmensitz hat. Die renommierte Klinik Barmelweid ist übrigens auch in der Nähe von hier vorhanden. Die Mieter geniessen einen sehr hochwertigen, ausgebauten Eigentumsstandard, an einer sehr gut erschlossenen Lage, für sehr attraktive Mietzinskonditionen. Die Überbauung profitiert übrigens auch von den Covid-Trends, die man sieht, wie zum Beispiel, dass die Leute immer mehr Homeoffice haben oder auch lieber aufs Land ziehen, weil sie nicht mehr jeden Tag ins Büro arbeiten müssen oder generell mehr Freiheit bzw. mehr Aussenflächen und Raum schätzen. Die Mieter in Erlinsbach sind tiefer als in den Städten, wie zum Beispiel in Aarau, und darum bekommt man für das gleiche Geld deutlich mehr Wohnfläche über. Dann fassen sich das Anlageobjekt und unser Angebot nochmals für Sie zusammen. Die beiden Gebäude werden Ende August 2022 fertig erstellt und an die Mieter übergeben. Aufgrund von den attraktiven Mietzinsen und dem hochwertigen und exklusiven Ausbau sind bereits alle Wohnungen vermietet. Die grosszügigen Aussenflächen runden das Angebot ab. Die Liegenschaft wird von einem erfahrenen Entwickler realisiert und durch lokale Unternehmer ausgeführt. Da es sich um einen Neubau handelt, muss in den nächsten Jahren aufgrund bestehender Garantien nicht mit einem grossen Investitionsbedarf gerechnet werden. Die gut erschlossene Lage ist für die Mieten sehr interessant. Und der attraktive Wohnungsmix von 2,5- und 3,5-Zimmerwohnungen mit fairen Mietzinsen sorgt für eine nachhaltige Vermietung mit sehr wenig Aufwand und einem sehr tiefen Leerstand. Dann zeige ich Ihnen das tolle Investment persönlich auf. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Merci.